Cookie hat es ja nicht so mit dem Aufstehen normalerweise. Morgens sehen wir das nicht. Du musst dich schon ein bisschen überzeugen, aber dann geht es. Und dann läufst du auch erst mal langsam. Und sie geht gerne zum Strand. Im Sommer gehen wir natürlich nicht an den Strand. Heute Morgen ist sie sofort aufgesprungen, obwohl ich nichts gesagt habe, komm. Als wenn sie jetzt geahnt hat, dass sie zum Strand geht. Sie hat doch gar nicht die Anstalten gemacht, da lang zu gehen, wo sonst morgens lang gehen, sondern wie gesagt, als wenn sie wusste, schnurstracks Richtung Strand. Faszinierend. Guten Morgen übrigens. Es ist Mittwoch, der 23. September. Puh, dieser Berg immer. So, es ist verbracht. Endlich ist das erste Video online. Und zwar das vom 18. Fehlten auch das vom 19. 20., 21., 22. Und heute ist der erste 23. Ich hänge also ganz schön hinterher durch mein kleinen Fauxpas. Aber selber schuld. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Und Final Cut Dateien löschen oder Datenbanken, wie auch immer. Das ist halt eine ganz schlechte Idee, wenn man sie unten noch braucht. Aber gut. Wir müssen sehen, wie ich das die nächsten Tage jetzt machen. Heute Morgen habe ich auch 12 Uhr. Das ist also nicht viel mehr Zeit. Vielleicht schaffe ich nachher noch einen Upload von einem Vlog, dass ich das zumindest heute Abend dann veröffentlichen kann, wenn ich von der Arbeit komme. Und heute Abend dann einen Upload vom nächsten, dass ich morgen früh veröffentlichen kann. Mal sehen. Ist ja auch egal. Wenn ihr das hier seht, sind die ja schon online. Sei sie auch völlig blödsinnig, darüber zu reden. Ja, ich war ja vorhin wieder am Strand. Dann ist Timelips aufgenommen. Die Sonne war nicht so schön zu sehen. Aber es war doch schöner als gedacht, als es bewölkt wird. Entschuldigung. Dass es bewölkt wird, war angesagt, wusste ich. Ich habe gedacht, das ist schlimmer, aber ist okay. Willst du mich einbuddeln? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018